Musik 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 Also wenn du wirklich so zuhauen würdest mit der Picke, und dir selber damit umziehen hast, ouch Ähm, ja Ein wenig Das werden weh tun Oh ja So, ich hab hier noch ein bisschen Aloe, das könnte ich da noch mal rein Und einfach mal diese Tränke herstellen, davon kann man nie genug haben Okay Ja, die heilen ganz gut, also Okay Wir werden heute ein Steinproblem kriegen Warum? Ja, das glaub ich auch Das glaub ich allerdings auch Okay, jetzt komm ich zurück Das ist gut, die paar Steine Äh, wo wohnen wir? Ach Und wo sind wir denn? Oh, okay Das sieht man schon vom Weiten dann, ja? Die Mauer, ich arbeite dran Und hier wird nicht umgegrült, die Mauer muss weg und so Also nein Ja, niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen Außer ich vielleicht Ja, jetzt noch ein Tag der Mauer so irgendwie, wo es dabei ist worden Ja, wo wir sie doch gerade 30 Jahre los sind Ja Ich baue mal eine neue Ja Alles klar Ja, 2481 Steine Ja, klar Ja Ja Also das verschluckt ordentlich Ressourcen, ne? Aber Wir müssen auch ein bisschen abgesichert sein Es hilft einfach nix Ja, klar Mit deinen Steinen hier Und meinem Holz Kann ich jetzt genau 80 Stück erstellen Cool Ich weiß allerdings nicht, was dann zu Ende ist Ich glaub der Stein Oh, vielleicht möglich Ja gut Hm Ich hab wieder Schulen, juhu Zwei Zwei Aber Ich glaub, juhu Die muss hier reparieren Was muss hier reparieren? Die Stiefel Ja, ich seh schon Geht nicht auf'n Bogen oder hast du noch nicht probiert? Ich hab noch nicht probiert Wann so? Wann schmeißen Und noch mal reparieren Ja, das muss immer vorher sein, die Geräusche Also Mh Oh, jetzt ist es ein Reparieren Mehr Stahlbahnen erforderlich Ja Okay Haben wir noch welche? Ne Oh, das ist nicht mehr Ich brauch Essences Ja, das bedeutet Teer Ja, das bedeutet Teer Also brauchen wir wieder Leder Aber hier sind noch 16 Teer Warte mal Mh Ähm Und schmeißt das irgendwie In großem Futtert noch So, die ersten sind irgendwie fertig Okay Sind auch nur wieder normale Ich nehm die mal raus Ja, ja Mach das mal So, jetzt nehm ich die kleinen noch mal raus Und schmeißt sie wieder rein Mhm Und hoffe, dass es dann besser wird Mhm Ja, weil kann ja nicht sein Die beiden Äh Sind ja nun auch fertig Mhm Du bist überlastet Und warum das denn? Was? So eine jene ist doch nicht schwer Ach Nö Überhaupt nicht Nein Ihr habt hier jeden Fall mit Äh Aber wieso kriegen wir keine Mächtige? Ja, das nervt mich ein bisschen Weil die sind echt cool Mhm So So hier unten stehen jetzt schon mal vier Stück Cool Das passt Die kann man zum Kämpfen auch gern mitnehmen Wenn sie drauf gehen gehen sie drauf Hoffen ist Pech Mhm Das sind die kleinen Ist doch egal Ja Hopp Äh Deine Kehle ist völlig ausgedruckt Echt jetzt? Schon wieder? Ja Keine Ahnung Also bei mir? Meine auch Bei mir meine auch Hä? Ja toll Also ich hab das doch gerade einge... Das kann doch nicht sein Ja, wie gesagt weißt du Ich verstehe die Entstellung nicht Ich leider auch anscheinend nicht Also Ja Ja Zu doof dafür Also ich hab den runter gestellt Ähm Ich stell den jetzt hoch Hm Oder was? Zieh mal eh Ja Ja Mach dich mal ganz voll mit Wasser Also bis das richtig bis oben grün ist Ich will das jetzt wissen, dass die noch Keks Hast du? Ja Ich zieh das jetzt hoch Ja Auf 6 Okay Wenn du gleich in 3 Sekunden wieder Durst hast Bis mal was los ist Dann wissen wir was los ist Dann wissen wir was los ist So jetzt gehen die hier unten auch durch Die hier hinten auch durch Gut Mal gucken Oh, ich immer rein in die Stachel, ne? Ja Ja Warum auch nicht Ja, ja Kann man machen, muss man auch nicht Ja, aber das ist schon ganz lustig Ja, ja Ja, ja Ne, du kennst das ja auch Ja Ja Na klar So Opa Okay Plum, 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 plum Das ist das Äh, falsch Falsch Nein Gitter 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 Die Seeds schmeiß ich einfach für Schleim super Ja Ich bin doppel Wow Ja, das ist jetzt ein bisschen doppel Wow Ja, das ist jetzt ein bisschen doppel Okay Gitter Was ist das denn? Wieso ist das so und das so? Kannst du mal erzählen? Ja Weißt du auch nicht, ne? Nö Gut, ich mach die wieder kaputt Ich sag also Wasser ist jetzt noch über 100 Noch immer Echt? Ja, dann ist das Ist das hoch richtig und das andere runter Meine Fresse, wie ich das hasse, ja Aha Das ist wie bei ARC auch diese Einstellung, also nein Au ja Das geile ist allerdings bei ARC hast du das erklärt Ja Weißt du, was ich meinen, ne? Mhm Manch, manch Nicht immer, aber manch Ich hab allerdings richtig Durst Okay Dann würde ich mal was trinken Hab ich bei Ist das alles anstrengend Dieses Färbemittel Ich weiß nicht, wie wir davon schon haben Äh Wo hast du nur Glas gefunden? Äh In irgend so nem Typen In Irgend so nem Typen Ja, den kannst du auch Das Glas kannst du doch schmelzen Auch immer im Ofen Okay Für Mit Glasflaschen? Keine Ahnung Ja Ja Naja So, das Auto hier hinten im Vorder wieder nicht hin So, das Auto hier hinten im Vorder wieder nicht hin Foh Öh Hopp Ach, da macht's erst die ganzen Essenbarren fertig Okay Dann wollen wir den rausnehmen Bis Bist du wahnsinnig? Wäre ich Nö Nein Gut Bin ich aber Hahaha Hey So Okay 3 Ich möchte über die Flut gehen jetzt Öh Okay, jetzt macht er noch A und so macht er 7 Oh, okay Super Jetzt kommst du da nicht mehr ran oder was doch Na Wir werden in A und A und ich werden wir glaube die die Stahlbahn schmelzen und in anderen werden wir dann Ja, um alleine um das ein bisschen zu kontrollieren was da läuft ja das ist ne gute Idee Weil ich nach hinten mache ich dann die normalen Eisenbahn und so gleich nehme da das Müsse ich dann nicht Stahlbahn, weil das ist Ja, sonst hat man auch schnell keinen Überblick mehr Ja klar, das ist das Problem So Okay, wir haben sie 70 Ziegel Das ist schon cool Das ist gut Du hast da noch Essen-Verstärkungen 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 nochmal 15 Ja, ich brauche die fürs Tor Ja Ja 15 sagst du Oh, aus einem neuen Schrank Ich glaube ich brauche 16, ich bin nicht ganz sicher Okay Okay So Was hier unten an Hyänen schon sich fimmelt, Alter Hehehe Okay, die laufen jetzt aber durch sehr schön So Da müsste ich eigentlich auch nochmal, oder? Achso, A Stahlbahn sind zwar Essen-Baren, okay Okay Okay, ja genau, das ist irgendwie gemeingefährlich Gemeingefährlich Du Ich schuck im Heulen Hehehe Ja Huch Was denn? Neust du zu? Ja, das Ja, das mit dem ging nicht, wie ich das wohl tue Ich hab gedacht, ist aber egal, wir können ja auch hier runter Oder da draußen raus Ja Da draußen raus Ja, dann würde ich da die Essen, äh die Specs und das Zäcke kreisen, oder? Kannste machen, hier wollte ich gerne noch ein Tor setzen Ja klar Ja Dass wir hier hinten auch raus kommen Ja Weil du darf sowieso auch Hm So raus am liebsten Ja, oder? Hier kann man doch bestimmt gut, äh Ich guck nochmal, wie ich das hier hinkriege Gehört Ja, das tut du jetzt dann aufheben kannst oder nicht? Ne, aufheben geht nicht, also die Mod kannst du rausschmeißen, würde ich sagen Mhm Ne Ja, ne? Ja, ne? Ja, denk schon So, normale Tür Ja, du kannst ja sonst aber allerdings auch kein Tier mitnehmen Ah ja Durch die Tür, obwohl, die jenen kommen durch die Tür Ja, das stimmt Was ist das für die Scheiße? Ich kann hier nicht bauen, wie ich will Ärgert mich grad ein bisschen, ich muss hier tausendmal abreißen Okay Meine schöne Stelle Ja, ich hab hier alle wieder im Gepäck Also nicht alle, aber viele Was? Schon wieder ein Rundes, was? Was? Jetzt muss ich das hier kurz anschauen Okay, das ist vielleicht beim Arbeiten Bei Bestellen klopfen, dass du vielleicht mehr verbrauchst, das kann sein Ja, das sicherlich Auch wenn du rennst oder so dann Mhm Ganz klar Das definitiv Was hat er? Beim Klopfen auf einmal Reese Ballstein und du bist in der Luft Ähm Ja Warum auch nicht? Warum auch überhaupt? Warum? Wieso? 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 Wieso würde ich da nichts hinbauen? Warum nicht? Das ist doch doof Warum bist du so doof? Ich will das da hinhaben Da leveling Da. Nö Spiel so nö Spiel so nö Ja, vergiss das unsere und ich denke alle da nösse nicht guck ich mal ob ich noch so ein tor bauen kann und dann guck ich erst mal wie das fertig wie doof das dann aussieht ok schön dass da drin ist jetzt muss ich mal den bogen testen was denn? der spinnt der ich spinne nee ich hab gesagt keine steine spinnst du ach so so mal schauen oh bringt schon ein bissl mehr ähm die sind nee muss direkt da ansetzen oder gehen wir ein Stück weiter gehst du weiter gehst du weiter gehst du weiter da würde ich gut finden glaube ich sagst du hm was ist da los bei dir? randade ja he 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 immer ja ich hör das schon hm da ist mir der umgebungsbegel aber komplett runter geregelt ja wenn man mit geschirr schmeißt dann geht es halt nicht besser hm oder was auch immer das war hey boss daneben hey du bist du wohl der doofi soo ich hab schon wieder so ein durstig flip aus und dito das kann ja nicht sein was ist denn da los ich weiß es nicht spät hat der das nicht ob oder wieder was muss ja so sein ich weiß es nicht allerdings wenn ich reingehe hab ich äh die gleichen einstellungen wie ich sie vorher auch hatte also ich kann das nicht sagen kein plan vom plan aber überhaupt nicht so hast du schon treppen gebaut eigentlich? äh ja da war ja was haha huch wie viele? was weiß ich 4 oder so weil du wärst hier vorne nicht ich sag ich hab jetzt 4 angeschmissen mehr kann ich jetzt nicht bauen im Inventar achso weil du äh kannst sowieso da nicht ähm mhm alter was ist denn das hier es ging doch eben ja schön wo hab ich die denn jetzt hier gepflanzt haha ach lass mich doch haha keine ahnung mhm ach hier drunter das ist natürlich praktisch ja boah jungs was wollt ihr hier kann man hier nicht mehr ja keine ahnung boah wie hast du bloß diese ganzen Palisaden gebaut dafür braucht man so viel Kram ey für die paar Dinge ja und vor allem die Sand ja ja also wenn du ja es sei denn du du läufst läufst selber rein dann ist schon nicht mehr schön ja du läufst doch dann Aua Mann das ist stimmt ja oder wir rechnen aus ich hab äh 20 Stück habe ich gebaut ja Wahnsinn mhm mhm du kannst klopfen farmen en masse ja und nebenbei bauen weil geht er hoch auch kommst du nicht wirklich noch weiter bei dir das stimmt und fahrs an und zwirn fahrs an und zwirn und hier noch und da und da der rauf so es ist schön am Mittag so wir haben jetzt auch ein zweites Tor und da müssten wir dann gucken dass wir die Treppen rankriegen mhm ich bin nicht sicher ob wir die an beiden Seiten rankriegen aber aber ja die vieressischen Geburt ich hab's im Moment geöffnet die Strahnerfette ja wir probieren das sonst gleich mal ich hab's mal so bricht ja na toll wie gesagt so ist es passiert ist kaputt ja wieder so ja 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 holl aussortieren was brauchen wir denn da nicht äh das kann ich auch mal schmeißen was kann ich das ich geh mal eben Nachbarn metzeln weil ich muss hier die Steine ab bauen und dann ok gehen die mir einfach nur auf den Zeiger mhm das ist schon das ist ja ziemlich nervig eigentlich nur noch jetzt ab menschen recht extrem ist auch schön halt das doch so ich wollte eigentlich auch nur steine eben zerkloppen und wir brauchen nicht das warum sechs ja also ich wusste nicht genau ich weiß nicht ob du das an beiden seiten bauen kannst doch ja weil ein fundament ging jetzt nicht okay ja der Masse im Schrank so 2 1 1 2 hallo die die ach so den balisaden balkon die aufheben die ganze beide aufheben okay den kleinen okay dann lassen wir sie stehen erst mal noch noch haben wir ja nicht alles zu so treppen sind dran prima ja ich sehe schon da super das ging wenigstens ja das freut mich doch gammelfleisch die rinde ach so ja was denn ja ich bin so doof wieder nur zwei normale irgendwie keine ahnung ich weiß auch nicht so genau ich habe 900 heid im inventar und ich weiß nicht woher ja also so und ich habe ich habe und ich habe ich habe die so mal geht das um mal nicht schon um mich ja alles ja merkwürdig das ganze nicht ich weiß es nicht komisch 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 er kommen bei konan ist es manchmal ja dann lässt er dich da nicht bauen und dann kommt es in zwei minuten wieder geht ja und längst ja ich kann ja nicht sagen was du soll ich weiß nicht also komisch ist das alles manchmal können wir auch mal eins unten drauf verziehen und dann kann ich da nicht bauen ich weiß es nicht keine ahnung ja weiß ich leder ok 16 stahlbahn so jetzt laufen nochmals 36 startbaren und ich muss die reparieren ja klar für die kiele ist völlig ausgetrocknet ich auch alter was ist denn das heute das gibt es doch nicht oder ich kann ja nicht sagen was da passiert ich werde es auch nicht ergründen können da bin ich ganz sicher also mehr als hin und her stellen und machen und tun kannst du nicht und da ändert sich mal gar nichts ja keine ahnung das weiß ich auch nicht ist doch doof ja reichlich könnte man so sagen die sind ja die stäne kommen in den kasten in den kasten hängen so viele jenen rum ich werde hier noch irre ja das ist einfach mal mitziehen wohl dass wir doch da laufen wem interessiert das dort ist ja noch offen also da passiert schon mal nischt ach jetzt hier war zehn hier in den fällen entruftüren falsch da rein ich platziere die gleich aber erstmal dass ich sie da unten jetzt stehen muss ja auch mich ärgert nur dass es keine einzige geschafft hat mächtig zu werden ein bisschen blöd kudokopf jetzt haben wir schon vier kudokämpfe ja ist das ja nix hehehehe wo ich nicht wie brauche ich das am besten warum liegt im futterdrucker zellenkopf ich habe keine ahnung ich wusste den irgendwo lassen erinnern in den in den tisch wo man die ganzen du musst dich gerade melden weißt du schmeißt deinen mist überall ab das ist hützüß ja genau hääää das ist doch alles kacke das geht alles nicht wie ich das will mhm ja wo rangehen da ist der nächste kudel kopf dass er noch zähne brauchst du zähne das ist was jetzt deko angeht haben wir schon einige ja ich wüsste noch treppen haben treppen wie viele brauchst du wasch wieder saufen ich glaube wie viele passen an so ein tor 2 3 3 ja ich sehe gerade bei dem anderen tor sind sechs stufen ich brauche das ganze zweimal sind zwölf stufen ja ok warum warum ich kenne von zwanzig hersteller ja nie so viele brauchen zwölf ich laufendurch durch die jungen Wir sind eh keiner mehr drin, können wir noch über das stoppen Ach wahrscheinlich So neun, alles gut, drei und sieben Was ist das, was ist das, was ist das? Ok Ey Öffnen Ok da ist der komische Dussefutter damit so bevor du jetzt noch mal immer wieder reingehen lauf und genau die bisher und dieses durch dinge so warum hast du dir das aus der hand gelegt eigentlich was habe ich dem aus der hand ich das macht die selber ja die nimmt das auch sofort wieder wenn der kampf startet also die hält das nicht so blöde wie wir die ganze zeit fest